hallo zum weiter geht's mit vor allem viel spaß beim zusehen wünscht ihr euch so auch in der zwölften woche fort nach kapitel 3 saison 3 gibt es wieder schnipps aufträge wir müssen wieder 6 abschließen um einen kopf zu halten einen neuen und zwölf also alle der zwölften woche um einen arm zu bekommen wenn man gucken wie die dinger heißen in der wette passt der kopf heißen brödler und der arm heißt ja gebleicht warum der gebleicht heißen soll weiß ich nicht dass ich mehr aus wie eine ja die abonniere ich gar nicht so diese arme hier für schnips gebleicht gab es jetzt für den siebten auftrag der zwölften woche er dürfte jetzt auch nichts mehr kommen wird diese woche den kopfbrötler gab es für sechs aufträge den armen wie gesagt für sieben sonst haben wir nichts hier müssen wir vier tage warten da noch mal 11 unter auch noch mal vier und dann ist schnips wahrscheinlich abgeschlossen ich sage danke bis zu sehen tschüss bis zur nächsten folge macht's gut